Aktien 2.0. Der tägliche Ausblick auf Börse und Aktien. Hören und investieren mit Admirals und Analyst und Daytrader Jens Klatt aus Berlin. Hallo, es ist Montag, der 12. Juni 2023 und heute wollen wir uns natürlich einen Blick auf die Wall Street gönnen. Der S&P, die Woche beschlossen mit neun Jahreshochs, harte Dinge, die da kommen, rund um die FED, was das grundsätzlich zu bedeuten hat, auch in Bezug auf Einzeltitel und welche da unser Interesse auf sich ziehen. In wenigen Sekunden gibt es mehr zu den Details. Risikohinweis. Keine daher getätigten Angaben und Informationen sind als Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten zu verstehen, sondern dienen lediglich allgemeiner Information. Es wird hierbei ausdrücklich keine Anlageberatung offeriert. Jeder Handel birgt Risiken. Den ausführlichen Risikohinweis finden Sie in den Shownotes. Nun zunächst einmal die Frage, wo stehen wir übergeordnet? Der S&P 500 in den Wochenschluss mit neun Jahreshochs, bei denen es meiner Einschätzung nach aber gilt sehr vorsichtig zu sein. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die nun folgende Aufwärtsbewegung auf die FED-Leitzinsentscheidung, bzw. also in die FED-Leitzinsentscheidung, die am Mittwoch hier ansteht, wieder komplett umgekehrt wird. Sollte sich die FED hier dann gelbpolitisch nicht derart präsentieren, wie der Markt es erwartet? Wie bereits in den jüngsten Podcasts thematisiert, ist in die FED hinein und ausgehend von einer weiter sehr niedrigen Volatilität, bzw. Nervosität, also bzw. nicht vorhandene Nervosität unter den Marktteilnehmern, eher mit einer Aufwärtsbewegung in Aktien zu rechnen. Aber ich sehe zunehmend die Gefahr eines schärften Rücksetzers, sollte dann, wie gesagt, die US-Notenbank keine wirklich lockere Geldpolitik in der zweiten Jahreshälfte in Aussicht stellen. Eventuell ganz besonders in Tech-Aktien. Es könnte allerdings sein, dass eine Aktie allen Widerigkeiten und trotz eines jüngst phänomenalen Laufs diesen Entwicklungen dann dennoch trotzt. Die Rede ist von Tesla. US-amerikanischer Autohersteller, der neben Elektroautos auch Batteriespeicher und Photovoltaikanlagen produziert. Tesla in den letzten Wochen mit massiven Ausschlägen und der Markierung neuer Jahreshochs, der Rückeroberung der 200-Tage-Linie, wobei die Aufwärtsbewegung in den Wochen Schluss jetzt vergangenen Freitag noch einmal durch eine Nachricht regelrecht befeuert wurde. Demnach tut es General Motors dem Crosstown-Rivalen Ford gleich, geht ebenfalls eine Partnerschaft mit Tesla ein, um das nordamerikanische Ladennetzwerk und die Technologien von Tesla für seine Elektrofahrzeuge zu nutzen. Im Rahmen der Vereinbarung können jetzt GM-Fahrzeuge auf 12.000 Supercharger mit einem Adapter und der EV-Lade-App des Detroiter Autoherstellers ab nächstem Jahr zugreifen. GM wird wie Ford ab 2025 auch damit beginnen, einen von Teslas verwendeten Ladeanschluss namens NACS, also North American Charging Standard, anstelle des aktuellen Industrie-Standards CCS in seine Elektrofahrzeuge einzubauen. Mary Barra, CEO von GM, sagte, dass der Autohersteller durch den Deal voraussichtlich bis zu 400 Millionen US-Dollar, der zuvor angekündigten 750 Millionen US-Dollar Investition in den Ausbau der Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge einsparen werde. Die Partnerschaft mit mittlerweile zwei führenden Detroiter Autoherstellern sind ein großer Gewinn für Tesla und seine Ladetechnologie. Es wird erwartet, dass dadurch der Druck auf andere Autohersteller, sowie auch auf die US-Regierung übrigens, die Milliarden in den Aufbau eines Ladennetzes für Elektrofahrzeuge investiert, erhöht wird, die Technologie von Tesla dann hier übernommen werden wird. Der Deal wurde von Barra und Tesla-CEO Elon Musk während eines Twitter-Spaces am Donnerstag bekannt gegeben. Was jetzt hierbei brisant ist und warum ich das so betone, der Twitter-Space mit Musk war Barra, also der CEO von GM, erster Tweet bzw. ihr Auftritt bei Twitter seit dem 27. Oktober, jenem Tag, an dem Musk Eigentümer von Twitter wurde und GM auch die Werbung auf der Plattform einstellte. Barra sagte, dass es möglich sei, dass das Unternehmen irgendwann die Werbung wieder einführen könnte, da es nach einem neuen Chefvermarkter sucht und sein Marketing neu überdenke. Lassen wir das einfach mal so stehen. Für Tesla ist das auf jeden Fall ein riesiger Schritt und es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch international Autobauer mit Tesla hier Partnerschaften eingehen werden. Tesla gibt an, weltweit rund 45.000 Supercharger-Anschlüsse an 4.947 Supercharger-Stationen zu haben. Zudem hat Tesla bereits darüber gesprochen, sein privates Netzwerk für andere Elektrofahrzeuge zu öffnen. Laut Weiß im Haus habe sich Tesla verpflichtet, bis Ende 2024 7.500 seiner Ladestation für Nicht-Tesla-Elektrofahrzeuge zu öffnen. Musk sagte am Donnerstag, dass Tesla-Besitzer keinen Vorrang bei den Ladegeräten des Unternehmens erhalten würden und nannte den Zugang gleiche Wettbewerbsbedingungen für Besitzer von Elektrofahrzeugen. Konkret, sagte er, das Wichtigste ist, dass wir die Revolution der Elektrofahrzeuge miterlebt haben. Klar ist, das öffentliche Laden von Elektrofahrzeugen ist für potenzielle Käufer ja ein großes Anliegen und kein anderer Autohersteller als Tesla hat erfolgreich ein eigenes Netzwerk aufgebaut. Stattdessen haben diese Autohersteller Partnerschaften mit Drittunternehmen angekündigt, die sich für die Eigentümer dann allerdings oft als unzuverlässig und teilweise auch frustrierend erwiesen haben. Käufer von Elektrofahrzeugen, die längere Autofahrten unternehmen möchten oder keinen Zugang zu einer Garage mit Ladegeräten haben, machen sich oft zu Recht Sorgen um den Zugang zu zuverlässigen öffentlichen Lademöglichkeiten. Tja, und da hat Tesla nun scheinbar eine Lösung. Für Tesla-Investoren kommt dieser Schritt nicht überraschend, im Gegenteil, es war absehbar. Genau wie ich auch denke, dass es absehbar ist, dass der Launch von FSD, also Full Self Driving, autonomes Fahren, der Tesla Bot Optimus und die Tesla Megapacks sich dramatisch positiv auf die Profitabilität des Unternehmens auswirken werden. Ich die Aktie nach dem jüngsten steilen Kursanstieg zwar jetzt nicht kaufen möchte, aber mir auf der Kehrseite auch ein wenig Sorgen mache, will ich ehrlich sein, dass die Aktie uns jetzt ähnlich wegläuft wie Nvidia. Schauen wir also mal, was uns die Tesla Deliveries Anfang Juli liefern. Eventuell bekommen wir ja doch nochmal einen Rücksetzer in Gefilde um 200 Dollar zu sehen und das werden wir dann hier auch entsprechend im Podcast zum Thema machen. Also, das war Tesla, Börsenkürzel, T-S-L-A. Dann wollen wir einen Blick werfen auf DocuSign, das amerikanisches Unternehmen, das Firmen die Möglichkeit bietet, Verträge digital bereitzustellen, diese per elektronischer Signatur gegenzeichnen zu lassen und die Vereinbarungen zu archivieren. DocuSign, der E-Signatur-Anbieter, am Donnerstag mit soliden Zahlen, meldete einen Gewinn- und Umsatzanstieg und kündete gleichzeitig eine Handvoll Neueinstellungen in Führungspositionen an und neue Serviceangebote. Schauen wir auf die Zahlen. DocuSign wies einen Gewinn von 72 Cent pro Aktie bereinigt gegenüber 56 Cent pro Aktie erwartet aus und einen Umsatz von 661 Millionen US-Dollar gegenüber dem von Analysten erwarteten 642 Millionen US-Dollar. Im ersten Quartal des DocuSign-Geschäftsjahres 2024 stiegen die Einnahmen im Jahresvergleich um 12 Prozent. In der Kategorie Professionelle Dienstleistungen und Sonstiges stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14 Prozent auf 22 Millionen US-Dollar. DocuSign kündigte zudem einige neue Produkte und Dienstleistungen an, darunter auch Webforms, eine Möglichkeit für Unternehmen, ihre eigenen Formulare zu erstellen, anzupassen und zu verwalten, einschließlich des Exports und der Analyse der gesammelten Daten. Für das zweite Geschäftsquartal erwartet DocuSign einen Umsatz von 675 bis 679 Millionen US-Dollar verglichen mit einer Lüstenschätzung von 667 Millionen US-Dollar und für das gesamte Geschäftsjahr prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz von 2,71 bis 2,73 Milliarden US-Dollar verglichen mit einer Erwartung von 2,7 Milliarden US-Dollar. Um allerdings jetzt als Investment bzw. Beimischung im Portfolio interessant zu werden, möchte ich einen Schlusskurs über 67 Dollar zu sehen bekommen. Bis dahin bleibt DocuSign auf meiner Watchlist. Also, das war DocuSign, Börsenkürzel, D-O-C-U. Und final wollen wir einen Blick werfen auf GameStop, US-amerikanische Einzelhandelskette für Computerspiele und Unterhaltungssoftware. GameStop am Mittwoch mit Zahlen, die allerdings nur nebensächlich waren, denn GameStop entließ seinen CEO Matthew Furlong und ernannte Ryan Cohn mit sofortiger Wirkung zum Executive Chairman. GameStop nannte keinen Grund für die Entlassung, verwies jedoch auf die Änderung in seiner vierteljährlichen Wertpapiererklärung, wo es hieß, wir glauben, dass die Kombination dieser Bemühungen zur Stabilisierung und Optimierung unseres Kerngeschäfts und zur Erzielung nachhaltiger Rentabilität bei gleichzeitiger Fokussierung auf die Kapitalallokation unter der Führung von Herrn Cohn eine weitere langfristige Wertschöpfung für unsere Aktionäre ermöglichen wird. Kurz zur Erinnerung, der Chewy-Gründer Cohn, der beteiligte sich 2020 an GameStop und im Januar 2021 wurde er und zwei weitere ehemalige Chewy-Führungskräfte im Rahmen einer Vereinbarung mit der Unternehmensleitung in den Vorstand von GameStop berufen. In einer separaten Wertpapieranmeldung gab GameStop bekannt, dass Furlong am Montag entlassen wurde. Am selben Tag trat Furlong auch aus dem Vorstand des Unternehmens zurück, wodurch dieser auf nur noch fünf Mitglieder reduziert wurde. Die Entscheidung, sich von Furlong zu trennen, fällt nur wenige Monate nachdem GameStop unter seiner Leitung den ersten Quartalsgewinn seit zwei Jahren gemeldet hat. Im Rahmen des Führungswechsels wurde Alan Attal, ein ehemaliger Chewy-Manager und derzeitiges Vorstandsmitglied von GameStop, zum leitenden, unabhängigen Vorstandsvorsitzenden ernannt. Also eine Menge personeller Veränderungen und wie scheinen die Zahlen aus? GameStop meldete einen Umsatz von 1,24 Milliarden US-Dollar verglichen mit 1,38 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum und der Nettoverlust, der verringerte sich auf 50,5 Millionen US-Dollar oder 17 Cent pro Aktie, verglichen mit 157,9 Millionen US-Dollar oder 52 Cent pro Aktie. Darüber hinaus bleibt festzuhalten, dass GameStop seine Margen durch drastische Kostensenkung verbessert hat. Die Vertriebs-, Allgemeinen- und Verwaltungskosten beliefen sich im Quartal auf 345,7 Millionen US-Dollar, ein Rückgang gegenüber 452,2 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Dennoch, ich möchte die Aktie nicht im Portfolio haben und auch nicht als spekulative Beimischung oder sagen wir mal als Spielerei in Erwartung der nächsten Meme-Stock-Squeeze. Dafür muss ich ganz ehrlich sein, muss ich für mein Geld schlichtweg einfach zu hart arbeiten. Also, das war GameStop, Börsenkürzel, G-M-E. Und das war der Admirals-Aktien-Podcast heute, am Montag, den 12. Juni 2023. Denken Sie daran, die Republik kann traden und sie kann traden und investieren. 2.0 mit Admirals. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch morgen hier am Dienstag wieder reinhören. Dann verbleibe bis dahin mit deinem Happy Trading. Passen Sie auf die Stops auf, haben Sie sich wohl, machen Sie es gut. Bis dann und tschüss. Das war Aktien 2.0 mit Jens Knatt. Wir freuen uns, Sie auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Neu an jedem Börsentag am frühen Nachmittag. Das war Aktien 2.0 mit Jens Knatt.